Oh Leute, Trimax hier. Das Game heißt Tektonika. Ey, Romatra, das Game ist ganz toll. Ist mit Förderbändern. Geist es krank. Aber sonst sehen die Förderstraßen und so am Ende sehr ähnlich aus zu Factorio, aber ist halt die Perspektive von Satisfactory. Das ist toll. Okay, ihr müsst eben den Stand geben, den ihr habt. Wir haben extra die ganze Zeit auf euch gewartet. Ihr macht Stein und Eisen? Wir machen Kupfer und Eisen, genau. Und Romatra, du kannst alles aus dem Inventory craften. Also könntest du theoretisch auf Satisfactory schwerer modularer Rahmen in dein Inventory direkt craften. Du drückst einmal an, dann baut das. Und er baut alle Teile, die du brauchst, baut er dir. Dauert aber einfach geisteskrank lange. Verstehst du? Die Story weitergemacht. Zerlegen, drehen. Ich dachte, ich muss die Spitzhacke hier holen. Deswegen bin ich da reingelaufen. Was? Ich hab die ganze Zeit gewartet. Ich hab die Spitzhacke echt noch nicht. Ich zeig euch die Spitzhacke. Hattest du die nicht craften? Wo ist die Spitzhacke? Die hängt eigentlich da oben an der Wand, aber man kann die auch craften, glaube ich. Ja, geil, danke. Zack. Okay, sorry. Abholen. Kommt schnell her, Roma, Traunzebo. Wir zeigen es dir einmal. Wir betreiben gerade alles mit Biomasse. Wir haben jetzt die gesamte Biomasse hier weggefarmt. Wir haben, das fällt gleich alles aus. Wir haben nur Biomasse. Okay, wo steht denn, was das hier ist, was hier gefarmt wird? Das ist Eisen. Wo steht das? Wo steht das, meine ich? Hier, wenn du jetzt hier drangehst, guck mal, dann siehst du unten links in der Ecke Eisenader, ne? Ah, Fels, Moos. Was ist denn Moos, alter, Moos. Erst mal Trammer mitbauen. Okay, dann geht das auf die Förderbänder und du musst überall die Greifarme, die sind noch ultra langsam und kacke, deswegen brauchen wir überall zwei. Das geht direkt in die Schmelzer mit zwei. Die Greifarme sind halt einfach krass teuer. Die gehen auf der anderen Seite wieder raus, überall mit jeweils zwei, wieder in Förderband geklatscht und hier ist eine Kiste. Und das ist jetzt schon 78. Boah, finde ich schon super toll, muss ich sagen. Ja, ist schon geil. Wir machen weiter. Wir machen die Story weiter, let's go. Okay, das sieht cool aus. Wo denn? Seid ihr ganz runtergelaufen? Ja, ja, wegen ihr runter. Oh, wie cool. Wo ist das hier? Kannst du hier alles einsammeln, ja. Wie, mit welcher Taste? Schneller Greifarm gefunden. Mit E kannst du einsammeln. Was ist das? Sparks. Ein Alien-Cube. Alien. Ist das geil. Ich liebe das, dass das jedes Spiel, das ich mit G-Type-Spiel, einfach Aliens beinhaltet. Gehen wir hier wieder raus? Haben wir was wir brauchen? Ich hab hier so einen Spark gefunden. Was bringt der? Was macht der? Das ist quasi unser Haupt-Story-Element. Unsere ganzen Dinger gehen gleich aus. Wir brauchen Strom langsam. Ich freu mich ganz doll auf Strom. Ihr findet Graben toll und Höhlen und sowas, ne? Das mag ich nicht so gerne. Ne? Ich freu mich jetzt, wenn wir den Mole haben, da steht so Terraformer, freu ich mich hier eine riesige Fläche flach zu machen und dann den Haupt, gibt's ja auch Züge, wird's wahrscheinlich noch nicht geben, ne? Boah, gibt es, es gibt hier haufenweise Romatra. Es gibt Züge? Ja, du hast also, es gibt hier so Dings schon im Trailer gesehen, so Schwebebahnen und alles, was sie gebaut haben. Was ist hier drin? Hier tun wir diese Forschungsdinger hin. Kalkstein. Kraft ist schon gerade welche. So, wir haben genug für den Mole. Soll ich ihn mal halten und aktivieren? Ja. Wie machst du das jetzt? Im Baum habe ich einfach auf Aktivieren gedrückt. Mole ist erforscht. Kann uns jeder einen Mole machen? Ich mach mir einen Mole. Ja. Zack, ja. So, und jetzt drückst du Tab. Ausrüstung. Ausrüstung, ja. Und da müsste der sein Mole. Oh, ich hab einmal drauf. Geil, sieht der aus. Digga, der macht ein schwarzes Loch. Ja, und der macht ein schwarzes Loch, was die Erde einsaugt. Und dann habe ich die Erde im Inventar. Okay, das ist geil. Ich brauch dich. Du musst hier hinten, wo unsere Forschungskugel sind, eine riesige Fläche machen, wo wir alle Forschungskugeln platzieren können. Wir müssen erst mal hier hinten, wo das Signal ist, rein, ne? Ja, gleich. Ey, das ist geil, muss ich sagen. Das ist eine geile Mechanik, die sieht krass aus. Okay, G-Time, ich hab 89 Forschungskanisterbälle. Junge, was habt ihr hier angestellt? Die Höhle. Alter, they see me moling. They hate it. Junge, hier war eben so ein ganz kleiner Raum und jetzt ist hier einfach alles wegradiert. Das ist geil. Was machen die Dinger eigentlich, was du da gerade palazierst? Wir brauchen jetzt zum Beispiel für eine neue Forschung, dass unsere Bohrer schneller werden, brauchen wir 80 Forschungsbälle. Genau, wenn du mal T drückst, Sebo, du siehst ja unten links Kerne, ne? Wie die Zahl hochgeht, während er baut. Ja. So, und wir brauchen 70 Stück, um zum Beispiel diese MDR-Geschwindigkeit 2, die kann er jetzt forschen. Hab ihn aktiviert. Wow, okay. So, und jetzt sind alle unsere Bohrer Was? Ihr Assi! Schneller. Ich hab wieder eine Viertelstunde für geackert. Ich mach's zurück, ich mach's zurück. Ich mach's zurück. Das war aber wirklich extrem un... Also... Da war jetzt nicht wirklich... Du kannst aber bei Mole... Kann man sonst noch was forschen, planieren. Unsere Grabdinger sind schneller, das ist jetzt schon mal gut. Was als nächstes? Als nächstes müssen wir hier, kommt mal mit, ich hab schon was vorbereitet. Ne, ich würd hier reinmolen einfach. Wir müssen in Richtung zu diesem Ausrufezeichen. So, Raum erstmal abgeschlossen. Was? Ihr lauft einfach... Ey, ne, komm! Klippen, klippen und Sebo schicken. Wir laufen weiter, wir gehen zur Main-Mission. Alle drei haben wir das gesagt. Du hast gesagt, ich soll buddeln. Das war vor acht Minuten. What the fuck? Warum bist du überhaupt der Projektleiter? G-Time ist losgelaufen. Er sagt, kommt mal mit jetzt, hat er gesagt. Da meinte ich, alle mitkommen, wir gehen zur Main-Mission. Er sagt, oh, what the fuck? Geht's dir bei 43%? Ist das gut, wenn der jetzt ist? Ne, das ist glaube ich nicht gut. Bei 100% wird er bestimmt dann erstmal abkühlen müssen. Ja, ja. Ah. Seid ihr jetzt hier zu dritt am Molen? Aber es klappt irgendwie nicht zu dritt. Doch, klar. Achso, ne, es passiert nichts. Hier oben einmal reinmolen noch. Ne, ich will das hier wegmolen. Ich will das auch wegmolen, das nervt. Ne, sind alle drei da drauf? Tja, natürlich. Ah, vielleicht kannst du dich wegmolen, weil da der Fluss verläuft. Guck mal. Boah, guck mal, da ist Victor, Alter. Boah, guck mal, hier ist sogar ein neues Biom. Gibt die Biomasse mit. Bio, ja, danke Sebo, wow. Okay, jetzt geht's richtig los hier. Warum, warum? Geh einfach mal oben an die Fabrik, da ist ein Bildschirm, wo du wieder Forschungen freischalten kannst. Wenn nicht eins. Du musst immer wieder neue solche Dinge finden und hier ist der Bildschirm, wo du die nächsten Tierstufen freischaltest. Ne, Romantra, du bist ein bisschen dumm. 500 Kupferbarren. Und Eisenbarren. Der Grind beginnt. Leute, habt ihr gehört? 500 Kupfer, 500 Eisen. Hier sind sogar Sachen in der Kiste. Elektroboden, Treppe, 20 Greifarme. Kaderbänder waren hier auch drin, 200 Stück. Warte, ich tu dir die Greifarme rein, dann kannst du damit bauen. Ich hab ja schon ein bisschen was. Was bringt das, Sachen zu scannen? Also davon drei Scans zum Beispiel. Wir haben jetzt zum Beispiel nur Eisenbarren, aber wir können das in eine Montagemaschine packen. Aber damit wir eine Montagemaschine bauen können, müssen wir erst drei verrottete, ausgebrauchte Montagemaschinen scannen. Oma, da hast du einen Scanner. Komm mal her. Ja, zeig mal, wo bist du? Hier. Ich hab schon zwei, glaube ich. Oh, hier ist Kupfer. Sebo herkommt, du baust deine erste Fabrik. Oh, Max, du kannst bei Transport im Technologiebaum was forschen. Bei Transport. Mach ich gleich. Ich kann dir mal die Schnauze halten. Es juckt doch eh kein Watt, der da erzählt. Anzugtempo. Oh, mach das mal schnell. Forsch das mal schnell, Max. Das nächste, ja, wir suchen erst mal Romatra eine Eisenader und da baut er seine. Hier ist sie. Komm her, Romatra, hier baust du deine Fabrik hin. Komm her. Du machst es aus dieser Eisenader, so viele Eisenbarren, wie es geht. Danach forsch ich. Komm her, Romatra, wie das du siehst. Wollen wir nicht erst mal irgendwie ein bisschen Plan machen? Das ist der Plan. Wir brauchen 500 Eisenbarren. Romatra, du weißt doch, dass das nichts wird. Das ist die tollste und geilste Aufgabe, die ich dir absolut geben kann. Oh, alle unsere Maschinen sind hier hinten ausgefallen. Ich platziere das so, dass das hier aber auch schön aussieht. Ja, genau. Ich kann ja hier auch noch ein bisschen wegmoulen. Leute, ich hatte einfach 8000 Biomaterial und habe alle Dinge hier hinten beim Eisen. Den müssen wir noch scannen, den Kurbelgenerator. Wollen wir den kurz suchen? Weil dann haben wir halt Strom. Dann müssen wir unsere Maschinen nicht mehr mit Biomasse füttern. Das wäre halt toll. Den Kurbelgenerator fände ich ganz toll, Max. Kurbelgenerator? Musst du den kurbeln? Weiß ich nicht, aber du musst auf jeden Fall nicht... Wir haben jetzt alles ausgefallen. Wir produzieren keinen Kupfer mehr. Richtig, richtig. Wir müssen von Biomasse ganz schnell weg, Max. Kriegen wir das hin? Ich bin schon am rumlaufen und such so ein bisschen. Kurbelgenerator. Klingt so, als wenn du dran kurbeln müsstest. Klingt so, aber klingt auch so, als müsstest du nicht jedes Mal Biomasse suchen. Der hat einfach eine Kurbel drin. Ja, kann auch sein. Die Biomasse hält sogar sehr, 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 sehr lange. Also die ist wirklich... Ich bin seit 10 Sekunden da und die ist schon ausgefallen. Das ist glaube ich da, weil da die Aufgabe ist, oder? 125 Eisen. Danke. Wie craftet man denn die Erzbeförderer muss man craften, ne? Terminal upgraded. New technologies and recommended tasks available. Victor repariert. Ich habe es fertig gemacht, Freunde. Was denn? Den Kurbelgenerator? Das Terminal, die Hauptaufgabe. 500 Eisen, 500 Kupfer. Die große Aufgabe. Und jetzt haltet euch fest. Ihr müsst eure Schwänze festhalten, wenn ihr euch das verkündet, okay? Nächste Aufgabe. 2.400 Eisenbarren. 2.400 Kupferbarren. Sebo frohes schaffen. Danke. Hast du mechanische Teile? Musst du selber machen. Wie das da noch weitergeht, wie groß man das noch machen kann. Geheimnis noch. Machen wir jetzt so eine richtig geile Kupferfarm. Ja, aber eine richtig fette. Ich glaube, ich habe den Kurbelgenerator gefunden. Das muss so... Anzugtempo. 25 Stück? Ja, mach mal. Wollen wir die her? Die habe ich nicht platziert. Geil. Was kommt denn da noch so geiles? Oh, größere Rucksackgröße. Filtergreifarm. Schneller Greifarm. Förderband MK2. Oh, ja. Jetzt haltet euch fest. Wollt ihr euch festhalten, wie wir Strom generieren? Ja. Es gibt ein Gerät, das nennt sich Pflanzherr. Das wächst... Da wachsen ganz schnell Pflanzen dran. Dann packt ihr da ran den Drescher, der fördert diese Pflanzen. Dann packt ihr das in ein Montagesystem. Der macht daraus Bioziegel. Die müsst ihr zu Bioziegel 2, verdichtete Bioziegel machen. Und das kommt dann in den Verbrenner und macht Strom. Oh, ho, 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 ja. Mehr will ich nicht von dem Game. Mehr will ich nicht. Ich habe hier einfach Stromgeneratoren gefunden. Ich scanne die. Ich kann die nicht scannen. Ich glaube, die... Können wir die nicht einfach aufheben und mitnehmen? Nee, du kannst die nur mit E angucken die ganze Zeit. Aber ich konnte da nichts machen. Es gibt angeblich Elektromodenboden, wo du was drauf platzierst und dann macht das Strom. Aber der ist nur limitiert. Aber wo ist der? Doch, da kann man nichts machen. Du hast recht. Ja, den Moden habe ich bei Romatra alles verbaut. Nee, Elektroboden. Ja, der hieß Elektroboden. Da habe ich alles bei Romatra verbaut. Ist das gut gewesen? Oh, was habe ich jetzt gescannt hier? Eine Sache habe ich gescannt, erfolgreich. Ja, brauchen wir meistens drei Stück. Der Boden leitet nur. Ah, okay. Wollen wir einfach mal in die Mitte springen? Das ist das ja. Sollen wir das mal versuchen? Hey, wir dürfen von eurem Auftrag abkommen. Immer wieder gucken, wie wir Strom kriegen. Ja, genau. Aber wir wissen ja nicht, wo wir Strom herkriegen. Na gut. Alles Forschung ist nur Eisen und Kupfer zusammengepackt zu einem Forschungsball. Denn wir können alles erforschen, wenn wir unendlich Eisen und Kupfer haben. Genau. Und ich glaube, wenn wir da hinbauen, ist auch nicht mehr so weit, weil... Oh, wer hat den Kurbelgenerator freigeschaltet? Wer war es? Das war meine Wenigkeit. Oh, Junge. Dann gleich da. Konvertiert kinetische Energie in elektrische, durch Handkurbel oder angeschlossene externe Energiequellen, die da wären... Oh, zum Beispiel ein Wasserrad. Wahrscheinlich kannst du ein Wasserrad an die Kurbel dran schrauben und dann kurbelt das Wasser die Kurbel. Würde ich jetzt denken, ja. Das heißt, wir bräuchten jetzt als nächstes... Da Wasserrad als nächstes. Siehst du es oben drüber? Bei Kurbelverbindung. Wir müssen jetzt die Kurbelverbindung machen und dann zum Wasserrad. So macht es Sinn, oder? Dafür möchtet ihr jedoch Wasser. Ja, und dann baue ich alles an Wasser. Okay, das ist krass. Ja, brauchen wir jetzt trotzdem halt 2400 Eisen und das Kupfer. Wieso? Und wir haben kein Bio... Ja, um Viktor freizuschalten. Wir können da nicht herkommen, oder? Wieso? Hier, Wasserrad ist doch erst bei Viktor. Steht das da? Ja, links. Ist doch gesperrt. Oh, Mann. Wie viel Kupfer hast du hergestellt, Sembo? Wenn ich mal fragen darf. Er hat schon 500 gehabt. Oh, sehr viel, ja. Geiler Typ. So, jetzt ist die Frage, was machen wir mit unserem Eisen, was wir haben? Weil unsere Biomasse geht ja langsam aus. Was machen wir mit dem Eisen? Wollen wir mit dem Eisen Forschungsbälle bauen? Oder wollen wir das Eisen abgeben für Viktor, um dann das Große zu forschen? Teambesprechung. Ich würde es abgeben. Abgeben. Biomasse geht uns nicht aus. Ich glaube, vielleicht braucht man noch Akkumulatoren. Aber die müssen wir jetzt suchen. Weil, guck mal, beim Akkumulator steht, konvertiert und speichert Elektrizität von angeschlossenen Generatoren in Form elektrischer Ladung, die Maschinen und Forschungskerne antreiben kann. Siehst du ihn? Siehst du ihn? Wir müssen den Akkumulator finden. Ja. Ich find's. Hast du jetzt gerade was gefunden? Oder wie? Ja, ja, ja. Ich hab alle Akkumulatoren der Welt gefunden. Förderband MK2 braucht 360 verfickte Forschungskugeln? What? Bro, wir können die gleich automatisieren. Das ist, wie ich sage, das denkst du jetzt, ist krass, aber ist es nicht. Wahrscheinlich brauchst du später 400 von den normalen Forschungskugeln für eine lila Forschungskugel. Ja, aber ohne Strom ist das für uns nicht erreichbar. Ja, deswegen hab ich jetzt gerade für Chrome gesorgt, glaub ich. Komplett fertig jetzt. Die Schmelze ist komplett voll und gibt nichts ab, weil auf dem Förderband kein Platz ist. Ist er sicher, dass du den Akkumulator schon erforscht hast oder gebaut hast? Ich hab ihn noch nicht erforscht, dafür musste ich jetzt gerade erst mal 40 von den Dingern bauen, die crafte ich gerade. Oh, okay. Wir brauchen den Pflanzer und den Drescher. Das macht mich ganz nervös, dass wir da nicht rankommen. Können wir gleich suchen. Sebo, hast du deinen Kupfer schon abgeben können? Was für abgeben können? Ich bunker das hier alles, mein Freund. Warum? 2400 musst du abgeben bei Victor. Ja, ich hab erst neun, ja, fast tausend. Deswegen, da brauch ich ja noch nicht hin, weißt du? Okay. Erst wenn die Arbeit fertig ist. Gefällt mir gerade nicht. Wir können nicht geisteskrank hochskalieren, weil uns langsam die Biomasse ausgeht, aber wir kommen nicht zum Strom. Wir sind beim Strom. Wir sind beim Strom. Wir müssen, wir brauchen bessere Schmelzen. Wir haben drei bessere Schmelzen. Genau, weil unsere Schmelzen können... Schmelze Level 2? Nö. Doch, weil ich glaube, die können wir dann potenziell mit Strom betreiben. Das, was wir haben können... Steht hier aber nirgendwo. Hier steht nur Schmelzgeschwindigkeit 2. Ja, 110 Kugeln. Ich meine, dass die nur... dass die, die wir haben, nur mit Biotreibstoff funktionieren im Moment. Wenn wir eine elektrische Schmelze haben, kannst du mit dem Stuff, den du schon hast, können wir schon eine Schmelze betreiben, ja? Wahrscheinlich. Vielleicht bin ich auch eine Laberbacke. Immer eine hohe Wahrscheinlichkeit. Digge, was habt ihr da gerade... Oh, ich hab was. Ich hab Pflanzenmaterial. Ich hab einen Akkumulator gerade erforscht. Wenn du es löscht, kannst du es danach direkt wieder aufbauen, ne? Akkumulator erforscht, geil. Hab ich schon was. Sauber. Hier gibt's auch Gebäude, die kannst du freischalten. Da musst du auch Sachen liefern, damit die aufgehen. Mhm. Das war vorher bei dem Ding auch so, wo wir waren. Die Karte ist super wichtig, ne? Wir brauchen den Thresher. Das gibt's doch nicht. Jaja, ich such gerade auch. Wir finden den. Thresher-Fragment. Was? Thresher-Fragment. Thresher-Fragment. Oh mein Gott. Thresher-Fragment. 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 Wie viele du hast es? Du hast es. Pflanzer-Fragment. 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 Woher wusstest du das? Ah, PSG-Andy. Ne, ne, ich hab die Höhlen gesucht. Sehr starke Arbeit, Romatra. Sau gut gemacht. Verdammt gut, verdammt gut. Danke, danke, danke. So, wie hast du jetzt ein bisschen Strom hergestellt, Romatra? Du baust den Kurbelgenerator und diesen Kurbelgenerator drückst du einmal an und kurbelst ihn quasi per Hand an und dann ist er quasi aktiviert für fünf Minuten. Echt? Ja, ja, ja. Du kannst ihn ankurbeln fünf Minuten. Sogar zwei, wenn ich es richtig sehe, ne? Ja, ich habe sogar noch fünf. Und du nutzt die zwei Filtergreifarme um Eisen, was sowieso nur auf der einen Strecke gerade kommt, in die Kiste packt. Das ist ein kleiner Disrespect. So, so funktioniert es nämlich. Demo, was sagst du dazu? Wozu sage ich, warte, warte, jetzt wohne ich eben jetzt. Der hat zwei Filterarme. Die sind doch einfach mal schneller. Die sind doch einfach mal schneller als die normalen Greifarme. Die nutzt er an einer Stelle, wo nur Eisenformen. Ey, hat nicht irgendjemand krasse Samen gefunden? Ja, die hätte der eigentlich scannen müssen. Hat nicht jemand krasse Samen gefunden? Oh, Zündrebensamen habe ich. Ich habe Zitardom-Samen. Ja, ja, die brauche ich. Dann hol sie dir. Ich bin bei meiner Produktion. Einmal abholen. Hast du krasse Samen in deinem Inventory, G-Time, zufällig? Samen? Zünd? Ja, zünd den Reben extra. Ja, krass. Krasser Typ. Tu den mal in die Kiste da rein. 75 Stück habe ich. Warte, hier in die Kiste? Ja. Du hast Thrashing initiated. Ja, ja, ich thrash. Ey, das ist ja richtig cool. Aber der macht das nicht automatisch da raus. Obwohl, ist es bereit für Ernte? Nee, er tut nicht automatisch ernten. Du hast hier auch wieder so Ausgaben, ne? Vielleicht musst du Greifarmen dazwischen packen wieder. Und den Dräher drehen. Boah, guck mal, wie viele Ausgänge und so der hat. Der ist krass. Viel Spaß beim Herausfinden. Du sagst immer bei jedem Game, das ist geil. Wieso? Ja, und morgen bist du wieder irgendwo anders drin. Ist einfach so. Ey, solche Games liebt der voll nicht, Sebo. Nein, nein, nein. So was liebt der wirklich. Ausgeschlossen und auch alle durchgespielt. Ja, ja, das wirst du auch bei Satisfactory sehen. Da denkst du, keine Ahnung, ist in jedem Game lost. Aber bei so einem Spiel, da sagt er dir alle Zahlen und alles, was du wissen musst. Okay, okay, okay. Ihr habt nichts gesagt. So, okay, was ist das hier? Oh, komm mal hierher. Das hier sind Pflanzendinger. Ja, siehst du die? Ja. Da müssen die Samen rein. Dann macht er aus den Samen das hier, die Brennmaterial, ja. Das geht in den Drescher rein. Der macht wieder Samen. Aus einem Samen wird eine Pflanze und daraus wieder ein Samen. Deswegen sind die heilig. Die können wir nicht vermehren. Aber zusätzlich kommt Zündelrebenstängel raus. Und das ist auch sehr geiles Brennmaterial und insgesamt ein geiler Rohstoff für uns. Okay. Und dieses Holz, was aus dem Drescher rauskommt, damit kannst du deine Öfen betreiben. Krass. Das ist krass. Dann müssen wir das da hinten ja auch bauen. Und verbessern um Stufenfreiheit. Ey, wir müssen mal was machen. Wir müssen progressen. Wir kommen nicht weiter. Wir sind stuck. Jetzt geht es uns dann hier an der Stelle nicht weiter für uns. Das kann es nicht sein, dass wir. Boom. Neue Aufgabe. Neues Tier freigeschaltet. Oh, das ist toll. Das war jetzt ein komplett neues Tier. Komplett neues Tier. Bergbauladung. Sprengt und beut Gelände aus, dass ich mir normal aussehe. Ey, wir können jetzt direkt schon wissen, für die nächste Tier, super wichtig, Atlantum Erz 450 und Prozessoreinheit 900. Wenn sich da jeden so die Aufgaben wegpickt, ist super. Terminal upgraded.